Wenn wir von hier aus in den Weg gehen, wir können überlegen, ob ihr euch rhythmisch sicher fühlt, dann können das alle gleichzeitig tanzen, oder ob ihr den sichersten Tänzer quasi nach vorne schickt und den Anfang alleine tanzen lasst, bevor dann alle wieder einsetzen. Das, was dann eventuell einer alleine tanzen würde, ist einfach nur, start rechts, links, rechts, 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 rechts. Dann kommen alle dazu, rechts geht nach vorne, stern, fünf statt, vorn, acht, sechs statt, vorn, acht, sieben statt, vorn, acht. Einmal vom Timing her, sieben, acht. Und das Ganze wiederholt sich auf dem linken Fuß. Alle zusammen, fünf, sechs, sieben, acht. Wenn ihr den Übergang in etwa wie wir geschafft habt, dann haben wir ein Frage-Antwort-Spiel drin. Das eine Pärchen fängt an, das andere antwortet, das eine tanzt, das andere tanzt. Der Schritt dazu. Wir haben einen Stern vorne, Stern, Schritt zurück, schärf, vor, vor, acht, ein kleines Gewicht hinten drauf, umspringen auf den hinten, Tor mit dem anderen, nochmal umspringen und dann auf den hinten drauf und der vordere geht in einen Cut und wir hören auf in einem Stern, aber der ist auch schon für die Nächsten der Neustart. Das heißt, wir haben sieben, acht. Und damit fangen die Nächsten dann schon an. Wir zeigen euch den Schritt von dem Treppel-Wheel einmal in Langsam. Sechs, sieben, acht. Und einmal würde ich sagen, wegen der Übergänge, den Treppel-Wheel bis dahin. Sechs, sieben, acht. Und dann geht's, 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 sieben, acht. Und Und mit dem letzten Stern von dem zweiten Pärchen geht es dann auch direkt weiter. Wenn wir da rausgekommen sind, stehen wir alle da mit dem rechten Fuß wieder vorne. Und jetzt geht es stückweise die Reihe durch. Erst fängt einer an, dann kommt der zweite dazu, dann der dritte dazu, dann der vierte dazu. So, und das ist eure Möglichkeit nochmal das Tempo zu kontrollieren, falls euch das vorher weggerannt ist mit dem Verbewehen. Weil der erste ist die Bremse und macht das ganze Ding etwas langsamer. Wenn der zweite dazu kommt, wird es ein bisschen schneller. Wenn der dritte dazu kommt, wird es ein bisschen schneller. Und wenn ihr dann nochmal eine Temposteigerung verkraftet, macht es noch ein bisschen schneller, wenn der vierte dazu kommt. Und das ist dann euer Endtempo für das letzte Stückchen. Der Schritt ist das Stück wahrscheinlich, an dem ihr am längsten zu knackern habt, wenn ihr diesen Flaschmock übt. Wir fangen an mit einem Stern vorne, mit dem rechten Fuß. Step zurück, ein Staffel, der vorne bleibt und vorwärts. Erstmal nur dieses Stückchen, das ist ja noch übersichtlich. Sieben, acht. Dann ist der rechte Fuß wieder frei. Der rechte Fuß macht einen Tippdarm vorne, mit Gewicht drauf. Dann kommt der linke nach vorne, ein Staffel vorne mit links. Der bleibt vorne und wieder vorwärts. Der gleiche Abschluss wie eben auch. Wir haben nur den Tippdarm vorne weg. Bis dahin. Sieben, acht. Dann haben wir den linken Fuß vorne frei. Von hier kommt wieder ein Tippdarm mit dem linken. Und dann hat der rechte einen Staffel, der geht nach hinten. Staffel, ein Hopp, ein Toe, ein Heel auf dem Standbein und dann erst der Step hinten drauf. Bis dahin. Sieben, acht. Dann ist der linke Fuß wieder vorne frei. Wir nehmen ein Stückchen von Anfang und setzen das wieder hinten dran. Dann wieder ein Tippdarm, eine Staffel mit dem rechten Fuß. Der bleibt vorne und wieder vorwärts. Und dann haben wir am Ende nach hinten dran. Staffel, hopp. Und das ist er dann auch. Sechs. Sieben. Acht. Und dann kommt ihr mit dem linken Fuß. Sieben. Acht. Jetzt haben wir euch einmal den dritten Schritt von dem Treverin. Als Crescendo. Einer steigt nach dem anderen ein. Rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Du musst dir jedes Mal ein kleines bisschen schneller. Sechs. Sieben. Acht. Gemüste. 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 Untertitelung. BR 2018 Wenn wir aus dem Crescendo rausgekommen sind, ist der rechte Fuß bei allem wieder vorne. Wir haben von hier aus einen Jump, dann legen wir ausnahmsweise mal die Füße eng nebeneinander. Dann geht der rechte Fuß mit einem Kick nach hinten hoch, Haupt auf dem Standbein nach hinten einsetzen. Dann geht der linke Fuß mit einem Kick hinten hoch, Haupt auf dem Standbein nach hinten einsetzen. Das heißt, wir haben sieben, acht. Dann ist der rechte Fuß vorne wieder frei. Wir basteln hinten dran, einen Step, Step zurück, Cha-Four-Ha. Und dann kommt noch ein Frum-Slice. Mit oder ohne Ton, guckt, ob ihr euch traut, die Töne zu kriegen. Ein Step auf links, das rechte Bein geht gerade nach vorne fliegen, das Bein ist im Auswärtsknie, gestreckt, Fuß gestreckt. Das linke Bein kommt genauso von unten dagegen. Die Lagerung auf rechts, Lagerung auf links vorne dran und da ist er fertig. Einmal nur dieses letzte Stück. Sechs, sieben, acht. Was ihr machen könnt, bei den Kicks nach hinten hoch, wer kann, kann da einen Back-Kick einfügen, sodass sich hier hinten die Fasen auch nochmal fliegen. Dann hätten wir sechs, sieben, acht. Wir zeigen euch einmal in der Flaschen- und Choreografie den ganzen Venenteil ab dem Rhythmuswechsel. Fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Einmal eine ganze Choreografie für euch zu gucken. Fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.